Druck- und Volumengrößen Fortsetzung von Energie 74 Einbar absolut Atmosphärischer Druck Ausgangsmodell Wärmekapazität von 0 nach 1 Zahlenbeispiel Ergebnis Wärmekapazität bei konstantem Volumen Von 2 nach 3 Negatives Ergebnis Formel für Delta U von 0 bis 1 Delta U von 0 bis 1 Formel Ergebnis Temperatur Temperatur für die untere Kurve Geleistete Arbeit beim Übergang von 1 nach 2 Geleistete Arbeit beim Übergang von 1 nach 2 Unbestimmtes Integral Zahlenbeispiel Ergebnis Ergebnis Erläuterungen sollen folgen Physikalische Atmosphäre 효과 Verset Ausgangschmodell Ausgangsmodell 사용